Also, ich habe hier in Bangkok Rainer kennengelernt, der mir aufgeklärt hat über die Verhältnisse in Bangkok und was ich heute Abend noch in Bangkok tun möchte. Danke Rainer. Ja, gern geschehen und wie schon gesagt, der zweite Versuch. Alles Gute hier in Bangkok, mir Spaß noch und pass ein bisschen auf dein Geld auf, weil es sind einige Leute da, die dich ganz gerne abzocken, wenn du in die falsche Gegend kommst. Aber Khao San ist eigentlich relativ korrekt, muss ich mal sagen. Ein bisschen teurer als andere Straßen, aber recht korrekt. Schöne Zeit in Thailand, viel Spaß noch in Kuala Lumpur und ja, alles Gute. Danke.